Okay, da ist also die Doro. Und die Doro, die hat Durst, die trinkt also pro Tag wahrscheinlich im Durchschnitt einen Liter guten Bieres pro Tag. Dazu kommt noch zusätzlich, also plus der Herr Christopher Robin. Weil der hat auch oft Durst. Der trinkt wahrscheinlich pro Tag ein Liter Bier. Na, wer hätte es gedacht? Mann, sind wir Saufeulen. Das Ganze haben wir also mal sieben Tage die Woche. Ist also ein Insgesamtbedarf. Ist gleich, wir beide Saufeulen, also die Doro und der Robin. Wir trinken 14 Liter pro Woche. Das ist also unser Wochenbedarf. Wenn wir jetzt mal rein rechnerisch davon ausgehen, dass in einem Homebrewerset 40 Liter Bier in einer Tour angesetzt werden, dann müssen wir dieses teilen durch den Insgesamtbedarf von Doro und Robin. Also durch die 14 Liter pro Woche. Und erhalten damit also die Zeit, wie lange wir brauchen, um so ein Homebrewerset auszusaufen. Und zwar dauert das zwei Wochen und 86. Sind also ungefähr fast beinahe, wenn wir mal dazwischendrin einen Tag aussetzen, sind das drei Wochen. Dann müssen wir wieder neu brauen. Ja, dann viel Spaß Mirko. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.